Ja, war es ein Motorrad. Boti Irvine, den kann er nicht halten. Böser Unfall. Ganz böser Unfall. Das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blanchiment? Das Blanchiment, ja das Blanchiment. Den ersten Teil vor Blanchiment ist das. Er steigt aus. Er steigt aus. Das ist Irvine. Das ist Irvine. Wo ist Boti? Die 20 besten Autofahrer der Welt versammeln sich zum zweiten Grand Prix des Jahres. Hoffentlich liegen die Nerven da nicht blank. So, jetzt ist auch Bohemi angekommen. Oben in der Mitte auf die Ampel achten. Dann kann es losgehen. Sepang, Runde 2 2009 ist freigegeben. Und das ist ein guter Start von Rosberg. Links, der ist gleich mal vorbei an Trolli. Auch Batten ist nicht gut weggekommen. Kubica ist gar nicht wirklich weggekommen. Und Rosberg gegen Batten geht es in die Serpentine. Nico hält die Spitze. Batten hat ein paar Plätze verloren. Trulli ist vorbeigezogen. Und da kommt ein Renault von außen. Das kann ja nur Alonso sein. ... mit dem Helm hinter Timo. Und der hat frischere Reifen. Genau, du sagst es, das macht es aus. Aber es ist schon sehr, sehr nass jetzt. Hat er auch das bessere Auto. Glock geht. Glock wird wieder den anderen Regenreifen holen. Und der Batten führt wieder. Puka in Malaysia. Ja, die anderen stehen bereit. Die mit der grünen Rille. Sag mal, haben die auch genügend Reifen, die Piloten? Drei Sätze von den für starken Regen und vier Sätze von denen, die sie jetzt runternehmen. Das sollte reichen. Das reicht auf jeden Fall. Gut, egal was kommt. Daran werden wir nicht scheitern. Stop. Etwas hakelig. Ja, da hat er Zeit verloren. Und das ist natürlich schwierig. Die Bedingungen... Ja, jetzt sind schon... ...flittern in Richtung Chaos. Ich hoffe, Sie sehen noch was. Es knallt, es donnert, es ist schwarz in Sepang. Es ist schon 14 Uhr und knapp vier. Die haben vier Minuten für die Aufwärmrunde hingelegt. So, und das Prozedere kennen Sie. Die Ampel ist eingeblendet. Die üblichen 18.000 PS werden losgeschickt. Und Vettel kommt gut weg. Aber Hamilton ist schon auf Höhe von Weber. Der muss Hamilton blockieren. Das gelingt ihm nicht. Hamilton ist schon zweiter und auch ein Ferrari versucht Alonso nämlich gegen Weber. Und vorne Hamilton Vettel. Kriegt ihr sie? Nein, doch. Oh, ich habe ihn dran gesehen. Hamilton fragt an, ob er sich... Oh, Weber steigt auf! Riesenunfall gegen... Oh, gegen einen Lotus. Er ist okay. Safety Car ist draußen. Weber bewegt sich auf jeden Fall mal. Schmeißt das Lenkrad raus. Das war noch schlimmer als in der GP2. Komm, bleib erstmal sitzen. Über Kovalein ist er geflogen. Derweil kommen Kubica, Button und Barrichello in die Box. Jetzt gibt es auch noch Boxen-Alarm. Aber uns ist der Zustand von Weber jetzt zunächst mal wichtig. Vettel konzentrieren, der einen den Umständen entsprechend ruhigen Sonntagnachmittag hatte. Ich wiederhole mich gerne, wenn der nachher sich die DVD ansieht. Ja, außer die erste Schikane, kann sich erinnern, die Berührung mit Hamilton. Oh ja. Die war ja gefährlich für ihn auch, weil er etwas kaputt hätte gehen können. Aber dann hat alles gehalten und Vettel fährt dem zweiten Sieg des Jahres entgegen. Alle Beteiligten werden von einem aufregenden Rennen zu berichten wissen. Das muss man mal festhalten. Dritte Ausgabe in Valencia, der Europa Grand Prix, die beste. Und wir reihen uns nahtlos ein mit einem Grand Prix besser als dem anderen. Dann, das war der neunte des Jahres und Vettel gewinnt im Hafen von Valencia. 25 Punkte sind eingetütet. Hamilton wird zunächst mal Zweiter. Und jetzt wird alles provisorisch dahinter. Button ist Dritter. Die sehen wir auf dem Podest. Ob dieses Ergebnis freilich so bleibt. Und noch mal ist ohne Gewehr zu diesem Zeitpunkt. Sieg für Red Bull. Vierter ist Barrichello. Fünfter Kubica. Sechster Sutil. Und Kobayashi hat Bohemi in der letzten noch überholt. Stark. Natürlich mit neuen Reifen kann man das. Aber das trotzdem, dass das in der letzten Runde noch geht. Sagenhaft. Und wie geht der Start über die Bühne? Vettel hat von der Pole nur einmal in Valencia gewonnen. Hier ist das Bild. Gleich kommt die Ampel. Aber hinten wird erst noch auf die Positionen 20 bis 24 gerollt. Das dauert. Da denkst du da vorne, das ist ja ewig. Und die Amplanlage sehen Sie auch schon eingeblendet. Deutschland 2010 in Hockenheim. Freie Fahrt. Guter Start Alonso. Und auch Massa kommt top back. Vettel muss schon blocken vor der ersten Kurve. Und Alonso ist innen. Massa übernimmt die Führung. Wenn sich zwei streiten, freut er sich. Und Webber geht ganz außen herum zurück auf die Bahn. Vettel hat gegen beide Ferrari den Start verloren. Gibt's das denn? Mehr Gefahren. Seine Reifen haben mehr Grip. Und das könnte seine Chance werden. Vorne dürfen wir nicht vergessen, Fett Jensen Button. Der wieder mal anders taktisch an das Rennen heranzugehen scheint. Button führt vor den zwei Ferrari. Button muss allerdings noch kommen. Vettel ist somit Vierter. Der Button ist der Reifenflüsterer. Der fährt mit den weichen Reifen. Achtung! Massa kriegt sie. Entschuldige. Ich hab ihn rutschen sehen. Ja, aber trotzdem. Da war das Heck fast weg, du. Ja, Alonso hat's fast geschafft da. Setz ihn unter Druck. Ja, das wollen wir sehen. In der Lage hier, sich vor Kubica zu platzieren. Der jetzt von Supersoft auf die härtere Mischung wechselt. Der war schnell. Guter Stopp, ja. Und, 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 und. Gegen Schumacher im Beschleunigungsduell. Das wird haarig. Das wird knapp, das wird ganz knapp. Wer bremst zuletzt? Ja, und die Reifen wissen wir jetzt. Die harten Reifen bei Kubica, die sind noch nicht so griffig wie bei Michael Schumacher. Der könnte angreifen. Deswegen lautet das Duell Krakau gegen Kerpen Richtung Haarnadel. Schumacher zieht innen daneben. Hat jetzt theoretisch die schlechtere Position. Aber wer bremst denn jetzt später? Achtung, Kubica hält dagegen. Und Schumacher kontert auf der Traktionsseite. Nein. Alonso unter Druck gerät, wenn da hinten der Vettel aufschließt, dann muss er sagen, jetzt muss ich vorbei. Ja. Und dann könnte es natürlich zu einem weiteren teaminternen Krach kommen. Glock lässt auch Alonso noch vorbei. Dann gilt es auch an Bruno Senna vorbeizukommen, der ja eben schon Button vorbeilies. Achtung, Alonso ist dran. Ja, 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 Windschatten. Alonso hat Windschatten von seinem Teamkollegen, aber da vorne fährt ein Auto. Und was macht er? Zwischendurch. Es ist breit genug und Alonso auf der Bremse gegen Massa, der dagegen hält. Achtung, das könnte eng werden. Nochmal die Traktion, das beschleunigen. Alonso macht ernst. Und das ist jetzt eine enge Situation. Achtung, Achtung. Uh, das in dem Vollgasseck kann man nicht überholen. Mein lieber Mann, das war mutig. Und Massa verteidigt die Führung. Ui, 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 ui. Nachdem Red Bull das Problem in der Türkei nicht managen konnte, in Silverstone in Schwulitäten geriet, ist es jetzt Ferrari, die ein Managementproblem haben. Der Spanier ist im Auto ein Tier. Das ist ein Kämpfer, der ist nicht der ausgerupte, gelassene Typ. Ja, er ist die Nummer 1, da gibt es gar keine Diskussion. Nur, so sieht er das. Wie sieht es die Welt, wie sehen es die Ferrari-Fans und wie sieht es der Kommandostand? Ja, genau. Sie dürfen ja nicht eine Teamordnung machen. Wenn sich zwei streiten, dann gibt es da noch den Vettel. Der hat die Finger auf dem Funk. Er wird ihm wohl sagen, dass er vorbei kann. Achtung. Hier kommt's. Hier kommt's. Und Felipe Massa macht das vor den Augen der Öffentlichkeit. Der ist vom Gas gegangen. Ja, ja. Der hat demonstrativ ihn vorbeigelassen. Das ist wie damals in Österreich, als Rupf Barichello auf der Ziellinie angehalten hat. Marc, und das gibt Ärger. Das ist Team Orgel. Das ist jetzt Team Orgel. Alonso übernimmt die Führung vor den Augen der Öffentlichkeit. Hier in der Haarnadel war's schon mal eng, aber jetzt passen sie auf beim Rausbeschleunigen. Der geht vom Gas. Freunde, das war zu offensichtlich. Colt hat dahinter 32,9. Also wieder etwas mehr Luft. 1,5. Trolli und Ralf Schumacher fahren 33,6. Unfall! Villeneuve! Auf Ralf Schumacher ist er aufgeknallt. Hoffentlich hat er sich nicht überschlagen. Ralf Schumacher scheint okay zu sein. Ja, er steigt aus. Aber wo ist Villeneuve? Er ist aufgestiegen und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Hier kommt's. Wo ist Villeneuve? Ist im Windschatten, lässt sich ansaugen. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen ist das ein Horrorunfall! Fliegt auf die Mauer, kommt wieder zurück auf die Strecke. Und jetzt... Ich sehe das Auto und ich glaube... Na, das ist Ralf hier. Das ist Ralf. Da hinten schlägt das Auto ein. Der fliegt über Ralf Schumacher. Das Safety Car ist draußen. Um Gottes Willen, hoffentlich ist dem Jacques da nichts passiert. Hier rechts steht das Fragma. Kannst du sehen, ob da noch einer drin sitzt? Nein, ist keiner mehr drin. Entsetzen bei Craig Pollock. Müsste man abbrechen. Wenn der Fahrer okay ist, muss man nicht abbrechen. Da hinten, ganz hinten, da liegt das völlig zerstörte Auto von Villeneuve. Ja, aber der ist ausgestiegen. Oh Gott, das wäre... Weil sonst wären ja Leute am Auto. Mensch, zeigt mir mal den Villeneuve, dass es dem gut geht. Was für ein Unfall. Wir wollen noch nicht analysieren, was da passiert ist, warum er aufgestiegen ist, ob er sich da verschätzt hat. Es scheint so, dass in dem Moment, wo er da gesucht hat, wo er links und rechts vorbei will, vorne Ralf die Kurve angebremst hat. Und deswegen ist er aufgefahren. Schau dir mal die Teile, die da auf der Strecke liegen an. Da muss man natürlich auch jetzt all den ganzen Schrott herunterkehren. Das Auto liegt da hinten, da arbeitet keiner dran. Indiz dafür, dass Villeneuve zumindest draußen ist. Also wenn, dann wird dahinter der... Wir können ihm nochmal die Onboard-Szene zuspielen, Marc. Vielleicht kannst du noch etwas erkennen. Hier. Also hier sucht Villeneuve, soll ich rechts oder links vorbei? Er holt auf. Und jetzt kommt natürlich der Moment, wo vorne der Ralf bremsen muss für die Kurve. Wir haben rechts die Schilder. Und jetzt bremst er. Was für ein Horror. Jetzt das Auto völlig schräg. Schlägt jetzt da auf die Leitplanke. Zum Glück eben noch aufrecht schlägt er da auf die Mauer drauf. Das ist die Mauer an der Stelle. Hinten sehen wir Ralf kreiseln. Villeneuve ist in Ordnung. Ich sehe ihn auch hier. Da sitzt er auf dem Motorrad. Entwarnung. Entwarnung, liebe Zuschauer. Der Villeneuve sitzt da hinten auf dem Motorrad. Also das haben wir nicht gebraucht. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Spektakel hin und her. Überholmanöver schön und gut. Aber das war zu viel des Guten. So, jetzt wollen wir noch mal aus einem anderen Winkel uns das anschauen, Marc. Vielleicht kannst du hier mehr erkennen. Tja, fährt einfach aufs Hinterrad. Speed. 280 an dieser Stelle. Das ist vor der Schikane. Schauen Sie sich das mal an. Das ist nichts mehr dran am Auto. Nur noch das Monocoque. Alles fliegt weg. Aber die Monocoques sind eben stabil geworden. Jetzt hat der Villeneuve in seinem Leben schon drei Horrorcrashs gehabt. Zweimal in Spahn, der Eau Rouge. Und der geht in die gleiche Abteilung. Ja, mit der Geschwindigkeit. Wenn der vor 15 Jahren in der Formel 1 gewesen wäre, Marc, der wäre dreimal.